Hallo meine lieben Steinböcke und herzlich willkommen zu eurer Januarlegung. Happy Birthday in meinem Leben. Alles Gute zum Geburtstag und natürlich auch alles Gute nachträglich zum Geburtstag für die Steinböcke, die bereits Geburtstag hatten. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Start in euer neues Lebensjahr. Ich hoffe, es beginnt mit positiven, guten Energien. Ich habe ja einen Steinböcke in meinem Leben. Ich habe mehrere Steinböcke in meinem Leben, aber meine Freundin ist Steinböcke und von dem her weiß ich, dass gerade unglaublich viel im Steinböck-Kollektiv passiert. Und deswegen hoffe ich, dass das für euch eben auch schöne Energien sind. Aber darüber will ich noch gar nicht reden. Also, liebe Steinböcke, ihr seid die Geburtstagskinder des Monats. Deswegen gibt es für euch diesen Monat ein kleines Geburtstagsspecial. Ich werde darüber genauer reden am Ende des Videos. Aber bleibt dran, denn die Geburtstagskinder bekommen hier immer ein kleines Goodie von mir. So, genau. Liebe Steinböcke, wir fragen heute die Karten nach dem Januar, aber der Januar ist aus astrologischer Sicht ein riesengroßer Monat. Ich habe eine astrologische Vorschau bereits aufgezeichnet, wo ich über die allgemeinen Energien rede und über die eben astrologischen Transite. Dieses Video findet ihr am Ende dieses Videos verlinkt, falls euch das interessiert, denn es wird euch auch stark beeinflussen, weil wir unglaublich viele Planeten in Steinböck haben. Und ich habe diese beiden Karten rausgesucht und die werden bei jedem Sternzeichen die ersten beiden Karten sein, weil wir uns auf einer unglaublich krassen Zielgeraden bewegen im Januar, wenn am 21. Januar Pluto ins Sternzeichen Wassermann einzieht. Pluto ist der Planet der Transformation, der Veränderung und auf diese Zielgerade laufen wir jetzt darauf zu. Ich frage heute so ein bisschen auf quasi dem Weg dahin, die Energien bis zu diesem Wandel, bis zu diesem krassen Energy Shift und die Energie danach. So nur, dass ihr wisst, wie das heute ein bisschen aufgebaut ist. Trotzdem gilt es zu beachten, dass das hier eine allgemeine Legung ist. Das heißt, sie kann auf dich zutreffen, musst es aber nicht tun. Es ist ganz wichtig, dass du hier in Resonanz gehst. Das heißt, dass du dich hier wirklich angesprochen fühlst, dass du das Gefühl hast, hey, ich rede genau zu dir. Das ist meine Geschichte. Das ist meine Energie. Das sind gute Impulse. Das bestätigt mich in dem, was ich schon selber wahrgenommen habe. Wenn das alles mit dir passiert, wunderbar, dann nimm dir gerne mit, was dir hilfreich erscheint. Wenn du hier davor sitzt und dich einfach überhaupt nicht hier mit identifizieren kannst und dich nicht wieder findest, schalt das Video aus, lass es an dir vorbeiziehen, denn dann ist es für einen anderen Steinbock bestimmt. Schau dir gerne die Legung zu deinem Aszendenten an, zu deinem Mondzeichen, Venus, Mondknoten, whatever. Wo auch immer es dich vielleicht hingezogen fühlt, wo auch immer du dich vielleicht hingezogen fühlst, diese Botschaft könnte dann besser passen. So, gut, meine Lieben, beginnen wir. Hier. Ich weiß noch gar nicht, mit welchem Deck ich beginnen will. Ja, das hier. Okay, alles klar. Find Balance. Balance finden. Challenging Times. Ja, ich glaube, also meine Steinbock, so habe ich euch ja immer genannt. Ich weiß, dass ihr über eine richtig, richtig lange Zeit, ja, aber da, danke, dass ihr über Challenging Times, herausfordernde Zeiten, dass ihr über einen richtig lange Zeitraum, möglicherweise 15 Jahre, sehr, sehr, sehr herausfordernde Zeiten hattet mit Pluto eben in Steinbock. Aber Neuen Stäbe, Rest und Reconsider. Es ist an der Zeit, sich davon zu distanzieren, Ruhe zu finden, das vielleicht nochmal Revue passieren zu lassen, aber Neuen Stäbe ist für mich so eine Schlussstrich Energie. Und jetzt beginnt was Neues, das Ast der Münzen, ein völlig neues Leben, ein Leben auf einem neuen Fundament, ein neuer Job, eine neue Beziehung, möglicherweise alles. Neues, ne, so. Aber genau das nehme ich eben wahr für euch. Ne, wenn wir, ich muss jetzt doch ganz kurz ein bisschen astrologischer werden. Ah, jetzt muss ich schon wieder fast niesen. Na gut. Sorry. Ah, ich hasse das. Entschuldigung. So, also, liebe Steinböcke, Pluto in eurem Sternzeichen, 15 Jahre lang, meine Güte, was sicherlich krass anstrengend, herausfordernd. So, ihr habt euch, Pluto in Steinbock betont, dein erstes Haus. Ihr habt euch in den letzten 15 Jahren gefunden, euch mit euch selbst beschäftigt, Situationen erlebt, die euch gestärkt haben, die euch auf euren Seelenweg geschickt haben, Beziehungen, I don't know. So, euer, euer Leben war die letzten 15 Jahre sehr stark im Wandel. So, und es ging um das, wer du bist, das zu sich finden, das, ja, zu sich selbst finden. Jetzt, wenn Pluto in dein zweites Haus, in Wassermann einzieht, zweites Haus, materielle Welt, Geld, habe ich das Gefühl, das ist all das, was ich, was du gelernt hast, ne. Bei dir ging es irgendwie sehr stark um Lernen. Was du gelernt hast über dich selbst, darf jetzt im Außen, in der materiellen Welt Gestalt annehmen, ne. Ast der Münzen, kreiert werden, umgesetzt werden. 20 Jahre lang darfst du jetzt dir ein Leben erschaffen, das dem entspricht, der du geworden bist. Just saying. Aber dass für euch so eine riesengroße Neunstäbe-Schlussstrich-Energie hier sich zeigt, das wundert mich überhaupt nicht, liebe Steinböcke. Ja, New Vitality. Guckt es euch an, meine Lieben. Neues Leben, neue Vitalität, vielleicht Gesundheit, ne, Ast der Münzen, Ast der Stäbe, Gesundheit, ähm, gesunde Beziehungen, eine gesunde Beziehung zu sich selbst, ein neues Gefühl. Ein, 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 wirklich, ich liebe das, ich will die beiden Karten auch draußen lassen, wenn sie hier direkt zwei Asse zeigen. Genau das nehme ich wahr, in dem Moment, wo Pluto, ähm, euer erstes Haus verlässt. Ich will die draußen lassen, Ast der Münzen, Ast der, Ast der, ähm, auf einer neuen Energie, auf einer neuen Frequenz, auf die du gefunden hast. Das war der lange Weg, ne, so. Deine Transformation darf jetzt etwas Neues gestaltet werden. Sichere Bindungen, ne, Sicherheit, Stabilität, wie auch immer, Strengthening Boom. Okay, I love it. Ja, und möglicherweise musstest du auch das tun, neun Stäbe, neun, ähm, Schwerter, Darkest Fierce, dich mit deinen dunkelsten Ängsten auseinandersetzen, deine Traumata bearbeiten. Wie gesagt, für diejenigen, die mir schon länger folgen, ne, die Steinböcke waren so unfassbar lange meine Sorgenkinder. Der ist schon lang, also, ne, der war ja bis, mit Sicherheit schon ein halbes Jahr weg. Aber ich, ich hab das einfach immer gefühlt, wie krass eure, eure, wie intensiv, so möchte ich sagen, wie intensiv eure Themen waren auch oft. Aber genau das, und das ist, das ist das, was du jetzt gefunden hast, Balance. Und jetzt darf auch im Außen diese Balance einkehren. Gut, liebes Universum. So, was passiert vor der Ziellinie hier noch für meine Steinböcke? Die erste Monatshälfte, Giving and Receiving. I love it, meine Lieben. Sechs Münzen. Als würdest du vielleicht schon irgendwie unglaublich viel erhalten, als würden sich die Dinge plötzlich lohnen, ne, so da, da passiert so ein Austausch, so ein Exchange von, was du tust und auf welchen, auf welchen Widerhall es klingt. Gut, ähm, ich höre gerade ganz stark Lohnen, Lohnen, okay. Klären wir natürlich gleich weiter ab. So, dann der große Wandel, zweite Monatshälfte. Liebes Universum, für meine Steinböcke, der große Wandel, zweite Monatshälfte. Ja, genau das fühle ich mein Leben, Success and Growth. Die Achtstäbe. Ähm, neuer Rückenwind, neue Energien, neue Vitalität, Erfolg und Wachstum, ne, so, auf das bist du aufgerichtet. Ja, und sechs Schwerter, meine Lieben. Healing beginnt, die Heilung beginnt. Und das ist so, ne, auf dem Thumbnail der Monatslegung ist ja so eine Himmelspforte, die sich geöffnet hat, weil das wirklich ist, wir, wir öffnen ein Tor, wir öffnen ein riesengroßes, ne, das war meine Pluto in Wassermann Karte. Ja, vielleicht muss ich die für die anderen Sternzeichen auch noch rauslegen. Ich glaube, ja, okay, muss ich tun. Alles klar, danke Universum. Ähm. So, hier, Tor. Und du darfst offensichtlich hier schon einen Blick in diese neue Welt, durch diese Tür erhaschen, ne, ich glaube, es beginnt schon viel früher. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Dinge fangen bereits Anfang des Monats schon an zu funktionieren und du kommst der Zielgeraden immer näher, der Tür, die wird klarer, die wird konkreter. Oder auch mit Mars in Steinbock, ne, Kräfte auf konkrete Ziele ausrichten, habe ich es in der, ähm, in der astrologischen Vorschau, ähm, genannt. Und ich, ich, ich nehme hier so ein, es funktioniert, Payback-Energie, die Dinge lohnen sich, es kommt ultra viel rein, was du nutzen kannst, was du verwandeln kannst, du bist bereit, ne, irgendwie deine Energie auf ein bestimmtes Ziel zu lenken. Und da ist so ein ganz wundervoller Exchange, ich höre die ganze Zeit Exchange hier. Ein ganz wundervoller Austausch an dir und den Energien und den Situationen, wie auch immer. Ja, Wassermann, mein Lieben. Heilung, Wunscherfüllung. Konkretisiere, eine, eine, ja, Konkretisierung deiner Ziele, deiner Wünsche, deiner Visionen. I love it. Liebe Steinböcke, großartig. Bisher, ich habe das Gefühl, ja, ich habe das Gefühl, dass, äh, tatsächlich für euch möglicherweise gar nicht mehr die allergrößten Herausforderungen liegen, meine Lieben, nochmal das Ast der Münzen. Jetzt hier im Januar. Gut, sechs Münzen. Giving and Receiving. Vor Wandel. Na, da können noch neue Bausteine dazukommen. Ähm, zwei Schwerter Ziele. Zehn Stäbe. Sieben Schwerter. Ich hatte das, den gleichen Impuls, den ich zu diesen Karten bekomme, hatte ich in der Vollmondlegung. Ähm, geben und nehmen, ne, diese Hände, so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier etwas passiert, was dich sehr dankbar macht und was dir auch die Blockade nimmt von Unfairness. Ne, vielleicht hast du irgendwie lange das Gefühl mit dir rumgetragen, die Welt ist so unfair oder das ist so unfair oder das ist einfach ein System, das nicht funktioniert. Und plötzlich kommt, ich muss, ich muss gleich, ich frage gleich nochmal nach, was reinkommt. Plötzlich funktioniert etwas. Du wirst, du wirst gesehen, du wirst wahrgenommen, ne, dieses Geben und Nehmen, das so funktioniert, was dir deine Sicht, zwei Schwerter, was dir deine Sicht über, weil die sechs Münzen ist Fairness, ne, so. Die sechs Münzen ist die kleine Gerechtigkeit. Also, du erhältst irgendetwas, was dir zeigt, doch, es war gerecht, es ist gerecht, die Welt ist gerecht, die Menschen sind gut, ne, so, was dir irgendwie das, was du vorher erlebt hast, wo du erkennen darfst, dass du das jetzt loslassen darfst, ne, so. Das Leben ist schwer, hier steht Einfachheit, ne, ich weiß, gerade weil ihr möglicherweise auch so geprägt wurdet von Schwierigkeiten und Herausforderungen in den letzten Jahren, diese Resilienz, die euch ja in die Wiege gelegt wurde, ne, alles ist harte Arbeit, alles, für alles muss man sich abmühen, ne, so. Ich habe irgendwie das Gefühl, du darfst, es wird dir irgendwie hier gezeigt, dass, dass sich die Türen möglicherweise viel einfacher öffnen lassen jetzt, oder, dass sich möglicherweise sehr einfach, ähm, gerade Türen öffnen lassen. Ich will mal kurz wissen, was hier reinkommt, was dir diese Blockaden nimmt. Hier liegt irgendwas mit Fairness und Unfairness. Der König der Münzen, Loyalität, meine Lieben. Hier liegt der Hund, Loyalität. Also, ich weiß nicht, wer diese Menschen sind, oder wer dieser König der Münzen ist, Stierenergie. Ähm, aber es hat irgendwie, also, gerade mit der starken Münzenenergie, es wird dir im Außen präsentiert, es wird dir gezeigt, es funktioniert. Hier liegt irgendwie dieses, es funktioniert, dir begegnet Loyalität, dir begegnet Stabilität, ähm, Ähm, Ast der Kerl, ja. Klar, kann auch Beziehung sein, ne, meine Lieben, ja, die Welt. Und nochmal Hierophant, interessant, also nochmal Stierenergie. Ähm, für dich tut sich definitiv diese Himmelspforte, dieser Weg auf. Ein langfristiger Weg, meine Lieben, ein langfristiger Weg, kann auch beruflich sein, ne, mit, äh, mit der Stierenergie. Ich habe keine Ahnung, von welchem Bereich deines Lebens wir begegnen. Aber, was ich hier sehe, ist, dass du das fühlst. Du fühlst hier Loyalität und dein Herz hat eine ganz klare Botschaft. Ne, sie ist hier so, ich kann das abstreifen, ich kann das hinter mir lassen, ich bin offen. Der Weg, ne, so. Der Weg ist offen und du bist, du bist auch wieder offen, habe ich das Gefühl. Du bist wieder offen. Ich meine, wenn wir hier von Beziehung und Partnerschaft sprechen, ne, Ass der Münzen, Ass der Kirche, Ass der Stäbe, dann kann das definitiv sein, kann auch eine berufliche Partnerschaft sein. Dass irgendetwas, dir den Glaube, Hierophant, den Glaube an das Gute, an Gerechtigkeit, an Fairness zurückbringt, an Loyalität, an Gemeinschaft, ne, Wassermannenergie ist so super krass, Gemeinschaft. Weil alles plötzlich sehr einfach und easy daherkommt, liebe Steinböcke. Aber die Welt, ich liebe es, die Welt für euch zu sehen, meine Lieben. Weil, verabschiede dich, verabschiede dich von den Prägungen, den Erfahrungen, dem eher steinigen Weg, den du hattest die letzten Jahre. Denn Einfachheit, es darf für dich so viel einfacher, fließender werden. Und du, ich glaube, dass du schon einen Blick auf diese neue Welt hast oder bekommst, den Curry der Münzen nehme ich nicht, als deine Energie war. Was ist der, was ist die Healing Beginns? Was ist der Blick auf diese Asterkerlche, Astersteb, ja, nochmal die Sechsschwerter? Das finde ich ja immer geil, ne, wenn die, also Sechsschwerter klärt die Sechsschwerter ab. Ähm. Also der Kerl, hier kann die Liebe sein für euch, meine Lieben. Oder liebevolle Begegnungen oder generell das, vielleicht das Gute im Menschen. Oder du darfst, du darfst die Welt wieder unter anderen Aspekten betrachten, ne. Hier liegt Sicherheit, hier liegt Loyalität, hier liegt Unfairness, Lügen, whatever, ne. So. Ich glaube, dass es, dass es jemanden gibt, vielleicht weißt du auch schon, von wem ich rede. Es gibt jemanden in deinem Leben, der dir, ähm, wo, wo dieser, wo dieser krasse Exchange, dieser krasse energetische Austausch ist, der alles, woran du vorher geglaubt hast, ne, so. Keine Ahnung, sieben Schwerter, zwei Schwerter. Einfach von dir gehen lässt. Ähm, so, nochmal die Sechsschwerter. Und nochmal das Ast der Stäbe. Ich nehme eine sehr beflügelte Energie wahr hier, für dich. Ähm. Und der Tod. Ja, ich nehme, weißt du, was ich hier wahrnehme, mein lieber Steinbock? Ein Ausblick, tatsächlich, auf eine komplette Veränderung, aber Ast der Stäbe, Ast der Münzen, Ast der Kelche, auf, du siehst es, du siehst, das wird mein Leben verändern. Mein Leben verändert sich jetzt, ne, du siehst das, du genau darauf zusteuerst, aber hier mit dieser, mit diesem Ast der Stäbe, mit diesem neuen Feuer, mit dieser neuen Inspiration, mit Optimismus vielleicht. Ähm, ja, zehn Münzen, wow, Ast der Münzen nochmal, meine Lieben. Sehr viele Asse hier, ne, so. Und der Tod und die Welt. Ähm. Und das, was hier beginnt, mein lieber, mein lieber, ähm, Steinbock, wird dich auch über einen langen Zeitraum begleiten. Das kann, wie gesagt, das kann eine Partnerschaft sein, ne, wir haben hier Heirat, wir haben die Zehn Stäbe, wir haben das Ast der Kelche, aber das kann auch so die Berufung finden oder was völlig Neues machen oder ein Umzug, ne. Aber das ist so, du siehst, die Veränderung, die hier passiert, die wird dich lange, ne, das ist das Fundament, das ist das Fundament für etwas, was du dir langfristig neu gestalten wirst. Etwas, was lange Teil deines Lebens sein wird und etwas, was dich erfreut, was dich erfüllt, was dich inspiriert, was dich motiviert, ne. So, also hier liegt unglaublich viel, ähm, unglaublich viele Asse, um ehrlich zu sein, ähm, unglaublich viele neue Chancen, die, die sich dir zeigen und von denen du weißt, denn ich nehme hier immer das Gesicht der Hohen Priesterin wahr und die Hohepriesterin ist, you know, ne, du weißt. Irgendetwas, wo du hinschaust und sagst, du weißt, ich weiß, dass sich mein Leben jetzt verändern wird und das, ne, das gibt mir unglaublich viel Energie, das gibt mir unglaublich viel Sicherheit, das gibt mir ein unglaublich gutes Gefühl. Das, ja, das, was ich jetzt gestalte, das, was ich jetzt kreiere, die 10 Münzen sind meine 10-Jahres-Karte, ähm, die nächsten Jahre, äh, ein Grundbaustein, ne, irgendwas Grundlegendes, ein Fundament für etwas Langes sein werden. Und der Herr, ich hab den Herrscher hier noch, Widder-Energie, ähm, ich, ich glaube, dass du der Herrscher bist, auch wenn, wenn du eine Frau bist, aber ich glaube, dass das deine Energie ist, ne, Widder und, äh, Steinbock sind sich in manchen Dingen sehr ähnlich, ne, so, du hast wieder ein Ziel, du weißt, was zu tun ist, du willst umsetzen, du willst machen, du willst kreieren, ne, so. Da ist unglaublich viel Inspiration, da ist unglaublich viel neue Energie, wo du sagst, ja, Mann, ja, Mann, das, ne, das Leben, das will ich jetzt, kann auch natürlich Beziehung und Partnerschaft sein mit dem Herrscher, aber, ähm, ich, ich mag dieses, diese Entschlossenheit, das will ich sagen, diese Entschlossenheit, dieses Leben auch wirklich umzusetzen und zu gestalten und in die, in die Handlung zu kommen, was dir da suggeriert und, ähm, ja, wo, wo du so eine kleine, so eine kleine Vorschau bekommst. Ich hab's wirklich, ich hab wirklich das Gefühl, du bekommst eine, eine Vorschau auf, auf, einen längeren Weg. Gut, liebe Steinböcke, so lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ähm, wir haben sehr, sehr, sehr viele Asse, deswegen glaube ich, werde ich mich in der Extended-Legung vor allem auf das Neue konzentrieren, was da alles reinkommt und was von dir, ne, umgesetzt und gemacht werden möchte. Ich glaube, dass du das auch so fühlst. Ich frag nochmal kurz zu den Zehnstäben und der Welt, ne, was losgelassen werden darf, aber ich hab irgendwie das Gefühl, das ist für dich schon klar, ne, so. Du bist, ne, bei dir geht's, bei dir geht's mehr um das Neue zu gestalten, als dich irgendwie nochmal ganz stark mit dem Alten zu beschäftigen. So nehm ich's auf jeden Fall wahr. Ähm, und so lasse ich mich dann durch dieses Extended durchtreiben. Genau, aber ich hab ja gesagt, die Geburtstagskinder haben ein kleines Special, nämlich, ähm, diese Extended-Legung, wenn du sie einzeln erwirbst, kostet 4,99 Euro. Die Geburtstagskinder bekommen für 4,99 Euro ein bisschen mehr von mir, nämlich, ähm, mindestens drei extra Legungen, vielleicht auch vier, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Das Extended, und zwar, sorry, und zwar mit der Kanalmitgliedschaft Soul Family Silver. Die kostet auch 4,99 Euro für einen Monat, ähm, ist auch monatlich kündbar, also, ne, du, du, das schreibst ja irgendwie nicht in den Vertrag und dann bekommst du für 4,99 Euro das Extended von dieser Legung, das Extended zu der, ähm, dein neues Lebensjahr Steinbock-Legung, die irgendwann Mitte Januar kommen wird und zusätzliche Live-Legungen, ähm, Zugang zum Soul Family Chat. Wenn dich das interessiert, welche Vorteile du davon hast, findest du unten in der Infobox alles, was du dazu wissen musst. Ähm, genau, und jetzt ist es up to you, was sich für dich besser anfühlt, ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch hier in der Soul Family begrüßen zu dürfen. Genau, so, für diejenigen unter euch, die sich das Zusatz-Video nicht anschauen, ne, hier ist das Ende einer Reise, hier ist das Ende einer Reise, hier ist eine krasse Veränderung, ne, ne, dein Geist geht auf, ein Bewusstseinswandel und das ist genau das, was ich gesagt habe, was du, was du ja erkennen wirst. Ich habe das Gefühl, dass den ganzen Januar über Dinge in dein Leben kommen, Menschen, Unterstützer, Sexmünzen, ne, dienliche Sachen, dienliche Sachen, die dich in Balance bringen wollen, ob jetzt im Innen oder tatsächlich auch im Außen, wir haben so viel Münzenergie, deswegen kann das im Außen sehr gut sein, aber als würde dir das alles so in den Schoß fallen, ne, als wäre es plötzlich, was immer anstrengend und schwierig war, als wäre plötzlich Einfachheit. Alles ganz easy peasy, ne, so, so nehme ich dich wahr, also nimm an, was sich dir zeigt. Die Dinge, die König der Münzen Sachen, die Personen, die in dein Leben kommen, sie verkörpern eine Energie von Loyalität, von Treue, von Stabilität, von Beständigkeit, das sind alles Dinge, die die Steinböcke lieben, ne, so. Langfristig, langfristig etwas aufbauen, ne, so. Was ich aber auch sehe, ist, dass, was auch immer das ist, Wohnungen, Jobs, Liebe, Partnerschaften, I don't know, was auch immer da in dein Leben kommt, oder vielleicht auch schon gekommen ist, aber im Januar, ne, sich weiterentwickelt, auf jeden Fall. Möchte, dass du hier wieder etwas Neues fühlst, ne, so, keine Ahnung, die einfachste Herleitung ist, dass du bist, ne, du glaubst nicht mehr an Menschen, weil, an Loyalität, weil du betrogen wurdest und die Blockade ist immer noch da und dann kommt ein, dann kommt jemand und macht es einfach, ne, sechs Münzen. Er zeigt dir einfach Treue, Loyalität, Beständigkeit, Sicherheit. Und wenn das plötzlich etwas ist, was so wahrhaft in Erscheinung tritt, dass du es glauben kannst, habe ich das Gefühl, bringst du auch das Vertrauen wieder hinterher, ne. Gerade, vielleicht hattest du, hast du große Trust Issues und dann kommt da jemand, der sie dir einfach nimmt, ne, so. Weil er mit der richtigen Energie, mit der richtigen Frequenz kommt und du merkst, hey, ich darf mich, ich darf mich einer neuen Energie öffnen, ich darf mich hier einlassen auf dieses neue Leben, auf diesen neuen Vibe, auf diese neue Reise, auf diese Idee, die ich habe, auf die Umsetzung meiner Träume, meiner Pläne, ich darf mich einlassen. Das ist das Gefühl, ich habe das Gefühl, du fühlst das. Du fühlst, was auch immer das Ast der Münzen ist, ne, so. Du fühlst, dass das das ist, was gestaltet werden möchte. Wie gesagt, Pluto, Wassermann, 20 Jahre. Du fühlst wirklich dieses Big Chapter, das bei dir beginnt, egal in welchem Bereich. Und mein lieber, mein lieber Steinbock, ich glaube nicht, dass man euch das sagen muss, aber der Herrscher sagt mir, ja, fang an, fang an zu handeln, zu gestalten, zu kreieren, umzusetzen, denn was sich da für dich offensichtlich daraus erfüllen lässt oder entstehen wird, ist auf jeden Fall etwas, was längerfristig in deinem Leben bleiben wird. Genau, und so lasse ich das hier stehen. Ich wünsche euch einen wundervollen Geburtstag, vielen lieben Dank und vielleicht bis gleich, ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!